Hallo ihr Lieben und willkommen zurück an unserem Talktisch. Es ist eine ganze Weile her, aber die Weihnachtszeit ist wieder da und wir möchten dieses Video nutzen, um euch einen wunderschönen ersten Advent zu wünschen. Und was könnte man da besseres machen, als die Weihnachtszeit einzuläuten mit einer kleinen Whisper Challenge. Eine unserer Mitarbeiterinnen, hat in diese wunderschöne Tasse einige Begriffe reingeschmissen. Die sind alle zum Thema Weihnachten und ich würde sagen, die Regeln solltet ihr eigentlich kennen. Wir haben es schon mal gespielt. Carsten und Andreas fangen an und los geht's. Übrigens, Timer nach wie vor 60 Sekunden. 3, 2, 1, go. Mistelzweig. Mistel. 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 Mistelzweig. Mistelzweig. Ja. Ja. Wow. Das war schon mal nicht schlecht. Gut anfangen. Ist mir leid. Immer. Okay. 3, 2, 1, go. Adventskalender. Adventskalender. Das ist so. Ah. Oh. Ah. Oh. Türelchen. Adventskalender. Türelchen. Ja. Okay. Was könnte zu Adventskalender jetzt noch hinten dran kommen? Okay. Schokolade. Okay. Jetzt wurde ich dran. So. Nächste Runde. Andi. Auf Inga. Inga vielleicht von Andi aufgenommen oder so. So. Seid ihr bereit? Okay. Wer zählt? Du? 3, 2, 1, los. Schneeballschlacht. Schneeballschlacht. Es sah zuerst aus wie Schinken und jetzt halt auch Schimmel. Schneeballschlacht. Schneemann. Ball. 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 Bar. 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 Schneeballschlacht. Ja. Okay. Zeig. Auf einmal kennst du den Begriff. Ja. Nächste Runde. Diesmal. Inga. Mal schauen, ob Andi versteht, was sie von... Aber die Musik jetzt halt lauter als ich. Okay. 3, 2, 1, los. Nikolaus. Was? Nikolaus Stiefel. Na nochmal. Nikolaus Stiefel. Nikolaus Stiefel. Nikolaus Stiefel. Das geht gut. Okay. Karsten und ich sind dran. Zettel habe ich gezogen. Bist du bereit? Karsten ist gleich taub. Nikolaus Stiefel. Ich habe Angst. 3, 2, 1, los. Plätzchen Ausstecher. Aufkleber. Aus. 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 Stech. Glättchenausstecher. Ja. Aus. So, da haben wir, Carsten hat den Begriff, Inga rät. Seid ihr bereit? Nee. Ja. Gut, willst du? Mhm. Drei, zwei, eins. Rentierschlitten. Rentierschlitten? Was? Okay. Okay. Ich höre deine Musik, das ist gut. Du hast einen Zettel, das ist auch gut. Mach mal kurz Test. Test, hallo, hallo, hörst du was? Andi? Weißt du was? Okay. Das ist halt noch irgendwie, hörst du mich? Andi? Was? Soll ich noch lauter machen oder hört ihr noch nichts? Ich höre deine Musik. Was? Alles. Ja. Und warum Carsten euch heute im Unterricht anscheinend? Hörst du uns? Ich höre dich lachen. Ja, meine Lache ist sehr besonder. Ich mach einfach nur lauter. Was? Irgendwas hat mein Bein gemacht? Nichts. Okay, Musik auf. Ja. Ich hab zumindest nicht komplett versagt. Nee, überhaupt nicht. Wow. Hätte gedacht, dass zumindest irgendwie einer... Aber wir sind ja anscheinend sehr gut da drin. Wir sind besser geworden. Oh, wir sind besser geworden. Ich glaube, wir kennen uns zu gut. Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. Ja, ich hoffe euch hat das Video Spaß gemacht. So wie uns. Wir hätten auf jeden Fall sehr viel Spaß wieder damit. Ja. Ja, und wenn ihr nichts verpassen wollt, nächsten Sonntag am 2. Advent dann grüße ich mich auch wieder ein Video. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das bitte. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Familie Schau. OAT Bo solo Sein